Hallo, wir haben geschlossen. Morgen. So, ist okay. Wir machen erst um neun auf. Wunderbar. Sehr gut. Ist die zauberverkladene Torte oder was? Das geht sie gar nichts an. Das Betriebsgeheimnis. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, Herr Oetker, das wäre echt nett. Wer war denn das? Das war mein Chef. Zum Glück nur ihr. Ja. Tut mir leid, wenn der hier irgendwie die Kacke einfach hier durch die Tür reinguckt, irgendwie morgens. Achso, vollkommen recht. Dann mache ich den blöd an. Er kann froh sein, dass er noch lebt.